hallo zusammen einen wunderschönen sonntag nachmittag oder abend je nachdem wann ihr schaut oder montag wir haben pfeilsalve spielen gegen ultimato eine brasilianische allianz grüße gehen raus greetings to you guys und wir haben es gerade gesehen 102 haben die noch also ein bisschen mehr als die hälfte das heißt die werden sich ein bisschen mehr als verdoppeln die kommen vielleicht bei 6000 raus wir haben noch 40 und sollten easy bei sein also sieht gut aus wir haben wesentlich höheren schnitt sagen wir es mal so und salve ist immer so eine sache wenn viele harte hitter sind das unangenehm und ja wir werden einfach mal versuchen so viel wie möglich kaputt zu machen muss ich ja noch mal gucken den nehmen wir mit das noch mal so so ganz kurz überlegen zack 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 und du kriegst die ja und so gehen wir rein auf die plätze fertig los ziel sind wie immer 250 plus und wir schauen mal ob wir das schaffen viel gelb ist es nicht aber wir haben vielleicht mit einem 20 prozent chance dass wir danach noch ein gelbes match haben das nicht aufgegangen und jetzt müssen wir schon anfangen ein bisschen beten das nur einer was passiert wenn ich den diamanten drücke da fällt lila in lila das fällt in blau ich könnte natürlich einen blauen diamanten bauen ich könnte natürlich einen blauen diamanten bauen muss man das ist schwierig der fällt zwei nach oben drei nach oben sogar der fällt wenn lila in lila fällt zwei nach oben ich muss den blauen diamanten spielen und beten dass es reicht natürlich reicht es nicht aber jetzt können wir auch den lila diamanten spielen hat eine kleine große wahl so und jetzt müssen wir das machen und danach auf die linke seite gehen das SIF permanent auslöst ist eigentlich kein problem wenn man grob darüber nachdenkt ich meine einfach diese seite und jetzt gehe ich auf die seite so zack so zack 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 ist der mit unertell tot zack 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 Wollen wir uns direkt noch einen Ludwig nehmen? Oder wollen wir uns hier die Legende nehmen? Oh, hat der Crit Truppen irgendwo? Dann nehmen wir uns mal die Legende und spielen Blau in die Legende rein. Den rechts können wir noch ein bisschen stehen lassen. Schauen wir uns erstmal an, was hier passiert. Ja, war gut so, dass wir ihn stehen gelassen haben. Oh, wir kriegen sogar eine Rigat anstab, bevor wir die Kombos spielen. Das tut jetzt richtig weh. Links stimmt, kann ausweichen. Ich probiere es mal so rum. Wie viel Damage macht das? Okay. So. Dann. Gelb. Wir können sie beide auslösen. Das ist egal. Zack. Die Blutung drückt wieviel? 25. Okay, davon stirbt sie nicht. Aber hier, kommt schon. Das reicht für die Legende. So. Jetzt suchen wir doch... Haben wir irgendwo eine Freya oder irgendein Minion Beschwörer Kram? Das sieht herrlich einfach aus. So. Zack. 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 So. Los geht's. In den nächsten hinein. In sie können wir eigentlich richtig gut rein spielen. Mal gucken, wo die Drachenbombe liegen bleibt. Mal gucken, wo die Drachenbombe liegen bleibt. So. Und jetzt machen wir es ganz easy peasy. Ich spiele erst mal das. Dann spielen wir das. Oh. Wir kriegen wieder. Sehr schön. Können wir eine Runde warten? Nö. Mal einfach wegkommen. Wir machen einfach weg. Dann ziehen wir auf die Seite noch einmal rüber. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir grün haben. Und wir haben lang genug gewartet. Zack. 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 Das war der dritte Streich. So. Dann. Was machst du denn? Papyrus. Warte mal. Du machst es doch Minions, oder? Ja. Und Dev Up. Okay. Da spielen wir hier. In ihnen das Scully Team. Zack. 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 Hier. Aufpassen. Und rein da. So. Hmm. Wir wollen ihn ja eh auslösen. Kommt hier blau hinterher vielleicht? Oh, es kommt nochmal gelb. Okay. Dann. Dann. Müssen wir es natürlich annehmen, wie es ist. Schieben den blauen rüber. Fürs. Okay. Dass das direkt passiert, ist natürlich ein bisschen lucky. Da er verfehlte. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an unser letztes blaues Match kommen. Das tut weh, aber er hat den richtigen angegriffen. Der hält das aus, selbst wenn er getroffen wird. Jetzt kommen wir ans blaue Match. Oh, wir haben Glück. Bevor der Wetter auslöst. Und jetzt lass mal bitte leben, die Hauptprotagonisten. Das ist okay. Oh, perfekt. So. Zack. Scuddy. Enjoy life. So. Zack. Das war natürlich ein bisschen lucky, dass die Kaskade mit blau noch kam. So. Jetzt erhöhen wir auch gleich nochmal den Schaden. Wir brauchen jetzt noch die blauen Diamanten, wenn wir nochmal drankommen. Ja. Komm nochmal dran. Aber jetzt ist es auch vorbei. So. Per Ninjatois. So. Der nächste Patient. Was haben wir denn noch? Wir haben noch das rote, glaube ich. Ja. Rote Bums Team und irgendwas, wo wir Lieder rein spielen können, wo wir Zeit haben. Wo haben wir Zeit? Find me. Dann nehmen wir das rote Bums Team. So. Zack. 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 Ähm. Und los geht's. Hätte ich mal das Lilla Team gespielt. Äh. So. Gucken wir mal, was hier nachkommt. Ok, die Seite wollen wir ja bespielen. Und jetzt, wer hält mehr aus? 1100 DEV, 1600 Leben, ok, hinten ein bisschen mehr. Hinten kam aber Passive, was auch immer für ein Passive, ist gerade mir auch nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass wir wieder Rot zusammen bekommen und Lila. Lila sehe ich, Rot sehe ich auch. Die Salbe ist natürlich nicht so geil mit Minions, muss man mal sagen. Deswegen muss ich beim letzten Team auch noch überlegen, ob ich das mit der Herrin vom See spiele oder nicht. Ich habe dich gefunden, found you. So, da haben wir unsere 250. Gucken wir mal schnell rein. 51 wäre Platz 1. Aber, ja, wie gesagt, X-Neuford gegen X-Neuford spielt man nicht. Wir müssen uns was anderes suchen. Da ist genau 50. Da ist auch genau 50. Wollen wir in Ludwig? Das ist auch nur 50. Mach mal einen Schiff weg. So. Spielen wir das Team so, wie es ist? Das ist jetzt die Frage. Also du musst erstmal so. Oder, ah ne, der Panther, das reicht halt noch nicht. Obwohl, warte mal. Ich kann keinen neuen Bass bekommen. Hm. Ich könnte noch ein rotes Team spielen. Rot. Wo ist denn noch? Ich hatte auch noch eine Marianna, oder? Ja. Und wer macht denn jetzt noch hier den meisten Bums? Oktros? Zack. Und? Was glänzen? Lila. Ich glaube, wir machen das. Ach, nee. Hallo? Wo ist er denn? Die Godline. Ich glaube, wir machen das. Ähm. Ja. Upp. Rein da. Minions gegen Salve ist halt kacke zu spielen. Oh, wir haben vielleicht sogar richtig Schwein. Nein. Das war ein Diamant. Blödes Spiel. Aber. Nehmen wir erstmal den. ein. Dann hoffe ich, dass ich genug Feuerpower habe. so. Hm. Ich kriege das jetzt irgendwie adäquat zusammengeschnippelt. Und. Möglicherweise so. Jupp. Da haben wir wieder mal einen Sechser. Du kannst sterben gehen in der Ecke. Und. Das war's mit Silber. So. Und. Tschüss. Wunderbar. Dann. Sieht das gut aus. Gucken wir nochmal, ob die Dev auch gut aussieht. Und. Two shot. Sonsten schon was passiert. Ne. Sieht nie so aus. Einmal angegriffen. Two shot. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auch maximale Folge. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.